Einfach durchlaufen. Die harte Methode. Einfach durch. Sehr geehrter Herr, bezüglich der kürzlich durchgeführten Inspektion ihrer Räumlichkeiten fordere ich Sie hiermit im Auftrag der Stadtverwaltung dazu auf, folgende Brandschutz- und Präventionsmaßnahmen einzuführen. Gewährleisten Sie, dass die Theaterstellung den Anforderungen für feuerbeständige Materialien entspricht. Gewährleisten, dass die Infrastruktur des Theaters im Brandfall über einen Fluchtweg verfügt. Sie haben 30 Tage Zeit, um diese Maßnahmen einzuführen. Befreundlichen Grüßen, königlicher Inspektor für Gendarmerie und Brandschutz. Habe das soeben erhalten. Habe das soeben erhalten. 30 Tage, blöde Säcke, halten Sie. Halt Sie hin. Äh, so, sorry. So, schön. Das war jetzt das Office. Dann rin in die Tür mit dem komischen Spiralförmchen. Ah. Lucia, erste Offizierin. Sie lässt nicht zu, dass jemand die Crew missachtet. Oder den Kapitän. Selbst sie, weil sie sehr stolz ist. Ist auch hier ziemlich viel zu lesen, fällig irgendwann. Hm, Kretow? Ist doch versteckte Sachen hier drin. Födu. Födu. Was? 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 Ach nein, Alter. Ach du Scheiße. So, das heißt, er klickt immer alle, die in einer näher, im direkten Umfeld macht er sie auf oder zu. Ja, also ob sie jetzt auf sind oder zu. Ja. Na, das ist ja ein Traum, Alter. Ja, das ist aber kacke. Oh Mann. So. Nö, muss ich mal den hier kurz. Ach, der ist ja der wieder zu. So, der ist auch noch zu. Nein, das ist aber knifflig. Es ist aber knifflig. Jetzt ist der unten wieder zu. Okay. Ah, safe. Ja, ja. Gewollt, ne? Du, willst du was alle behaupten? Na klar, ihr wollt. Man muss auch schon mal mit einer gewissen Weitsicht durch da ran hinbinden. Weißt du doch. Okay. Viel Wind macht mir noch keine Arbeit vor. So, wir haben das nächste Object. Seltsame Geräusch. Na, ist jetzt hier mal so nach einem Alien angehört. Ja. So, da kommen wir her. Können wir hier irgendwie dann vorbei? Nee. Können wir auch nicht. Ach, guck mal. Schöner Durchgang. So. Okay. Na, dann folgen wir mal jetzt halt. Zerstückelten Plakaten. Oh, nein. Was ist das? Ich bin, was ich nicht the same. Du bist, du, wirst du... Du, wirst du dir so... Du, wirst du... Das? Das ist ein Klo. Okay. Oh nein. Boah, da haben wir im Urgarten, ey. Oh nein. Ah? Ah, war nicht nur geschehen. Jeder, jener, der mehr als ein Leben lebt, mehr als ein Tod, muss sterben. Ich dachte, ich bin nicht erreicht. Was probierst du ihn zu triggern? Ich glaube, das ist ein Zeitintervall. Okay, warte, komm mal eins kurz. Bei meinem Glück, wenn ich genau da vorne bin, nimmt nichts los. Ich muss ihn dort fliegen. Okay. Ich hätte gedacht, es wären Zeitintervall. Jetzt hinterher. Ja, hinterher, genau. Jeiks, Alter. Jeiks. Okay, er schlumpft so die ganze Zeit hier rum. Er wird einfach mal hinterher laufen. Oh, er ist noch laufen. Tut das Not, dass das hier so brennt? Oh, er kommt zurück. Okay, er scheint aufgehört zu haben. Dave. Schön, Dave, schön. Oh, Scheibenkleister, Alter. Oh, Scheibenkleister. Das ist doch gar kein Problem. Ja, er schreibt uns, ja, genau. Sackgasse. Oh, Scheiße. Nix, Sackgasse. Äh, ja. Ah, okay. Oh, Mann. War ich so neugierig. Der Tod ist furchtbar. Der Tod ist furchtbar. Und jetzt fangen wir wieder von vorne an. Nein. Ah, nee. Okay. Checkpoint. Penny, ich vermisse heute ein bisschen Motivation von deiner Seite aus. Du bist mir heute ein bisschen, äh, ein bisschen piesackig. Was ist denn da los? Hier, warte. Warte, du spielst doch mal. Du musst mich ein bisschen motivieren, Junge. Hier. Ja, check, was soll ich da zu sagen? Was soll ich da zu sagen? Merkst du selber, Benny, ja? Merkst du selber? Ich fand's gut. Äh, wird ein bisschen eng. Oh. Oh, das ist aber unangenehm. Okay. Der Tod ist furchtbar. Vielleicht darfst du dich nicht ducken, wenn das so zugeht. Huh. Hast du die Udi gemacht. Sehr gut, sehr gut. Herr, Herr, es ist heute. Ich weiß. Ich werde sie sehen. Ist unsere, ist quasi seine Frau und unsere Mutter bei der Brute Sturm? War sie eine, war sie, war sie, sind wir eine bei uns? Hm, könnte sein. Wenn sie jetzt gerade so satt, aber ist das gleichzeitig sein Tag? Finde ich nicht. Ach, du meine Nahter. Ach, du meine Nahter. Was sitzt denn da vorne im Rollstuhl, äh, da? So, eine gramophore Rolle? Ja, aber wie? Oh. Wie hast du dir das vorgestellt? Komm schon, es gibt nichts mehr für uns hier. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ja, du, ich... Tut mir leid, aber du bist jetzt nicht verkehrt machen, so wie... Es tut mir leid. Es... Ist es over? Nein, Herr Hardy. Es ist nur nur Anfang. Nein, nein. Meine Geister... Hä? 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 Äh? 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 Also entweder steht Kurtz so richtig auf den Schlauch oder... ein chegou einfach nichts. Also Stell mich gerade extrem... bekloppt an irgendwie jetzt... ...tatsächlich hier ne... nn... n... 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 ... w resignvollen roten Fahnen zu erkennen... innerhalb dieser Szenarien. Ja, es ist schwierig, also ja. Gute Frage. Wiss ich wirklich nicht. Was denn? Achso, du willst wieder was haben? Hier, okay, warte. Jutz, weil Lukas Arz, lasse ich es dir durchgehen. So, Flap. Hat einer von euch schon den neuen Indiana Jones Film gesehen? Und wenn ihr jetzt dieses Video für YouTube seht, dann ist natürlich schon der Indiana Jones Film seit 8 Jahren, was auch immer gerade für ein Medium am Start ist. Wahrscheinlich wird es nicht mehr Blurie sein. Aber jetzt ist er gerade, zu der Zeit ist er gerade im Kino. So, Filmrolle. Flamp. Okay. Ha! Ha! Wenn ihr was... Hä? Weiß ich nicht. Ist ja jetzt nur ein Zwischenintermezzo, oder? Ich würde mir... Ja, also ich glaube auch. Oh, und wenn sie die Schwester ist? Wenn sie die Schwester ist? Meinst du sie ist Lilly? Ich weiß nicht. Kann sagen. Warum nicht? Und gleichzeitig aber auch die Tochter vom Maler? Ne, da ist ja die Mutter ist ja eventuell bei der Bruder gestorben. Stimmt. Obwohl es doch sein kann. Warte mal, aber sie ist doch gestorben. Aber beim Jungen, oder? Ja, genau. Beim Bruder. Ich komme zurück. Nach einer Dekade der Gläufe und Schäme, ich komme zurück. Ich weiß nicht, wie sie wussten, was ich es getan habe. Aber ich will nicht. Ich werde meinen Sohn zurückbekommen. Oder ich werde sie schmerzen. Ich kann ohne sie arbeiten. Ich weiß, dass ich kann. Und das ist... Das muss die Sache sein, das sie schmerzt. Sie schmerzt. Sie zerstört. Sie schmerzt. Äh, okay, wo sind wir jetzt gelandet? Auf dem Leuchten. Was ist das? Lichtes Symbolismus. Elektrisches Feuer. Warmth. Destruktion. Sicherheit. Kugel für das Schild. Hat es ihm helfen? Okay. Oh ja. Wollen wir uns mal kurz... Können wir jetzt hier einen Rundgang machen? So weit kommst du. Nicht weiter. Sieht schon krass aus. Kann ich jetzt einfach... Achso. Die Bäume gleich. Na jo. Probieren wir mal hinzukommen. Yes. Ja, was jetzt? Jetzt machen wir das Licht aus, oder wie? Ah ne, da unten rechts ist noch was. Oh mein Gott. We will survive this. I'll take care of you. I'll take care of you. Both of you. Und wieder zurückgelegt. Warum halt? Ah, Fiona. Yay! Grüß dich! Wir gehen ja nur runter. Wir gehen jetzt runter. Okay. Und was? Wie? Was? Was? Hä? Ich meine... Was? Oh Gott. Ich bin gerade über die Füße ein bisschen lachen so irgendwie. Wie so ein Kasperl in die Streppen runter. Nein, 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 nein Okay, nur ein Bluterbrief. Schön. Also wenn ich gerade mal den Punkt in dem Game hatte, wo ich meinte, dass ich vielleicht ein bisschen was kapiere, ist sofort wieder weg. Ich raff nix. Müssen wir den Generator jetzt nochmal anmachen? Ist der jetzt irgendwie ausgegangen oder was? Ne, ne? Ne, okay. War ja auch sehr leise. Oh, hallo! Geh doch mal gucken. Bestimmt nur ein Manneken. Oder auch nicht. So Benni, jetzt mal von dir eine steile These. Auf geht's. Ich hab keine. Das ist meine gute These. Ich hab einfach keine. Telefon! Oh, sind. Diesmal müssen wir auch keine Palette wegpacken. Und kein Telefon ist da. Mhm. Warum ist da ne Puppe? Vor allen Dingen, das war das Badezimmer. Normalerweise. Sicher? Ja. Die Küche war nämlich hinten links. Also hier war der gute Wein und, ja gut, ist jetzt abgeschlossen. Oder auch nicht. Was? Was war das denn jetzt? Wahrscheinlich ne Ratte oder so. Ja, aber warum war die Tür kurz auf und dann? The beginning. They used their daughter to fulfill their needs and ambitions. No wonder she grew up to be a woman she was. Kryptisch. Das ist mir alles zu kryptisch. Das ist mir alles zu kryptisch. Ich raffet einfach nicht. Ich hab das Gefühl. Das ist dumm. Also jetzt, ich weiß nicht. Ich schätze die jetzt euch genauso? Oder habt ihr da schon jetzt irgendwie Durchblick? Ich hasse es. Telefon. Hi, Mama. Wie? Es ist schon lange. Ich wollte dich auf dich schauen. Ich... Ich bin froh, dass du wieder schreibst. Du bist? Natürlich. Ich weiß dich. Es ist immer die wichtigste Sache in deinem Leben. Das ist... Ich würde dich wahrscheinlich zu lassen. Es ist toll zu hören von dir. Warte, nicht... Tschüss. Tschüss. Nicht gehen! Ja. Ich denke, wir haben halt auch nicht mehr alle Nickis im Schrank. Ich weiß nicht. Irgendwie anders kann ich es mir jetzt auch nicht verstehen. Irgendwie. Äh... Maskenball? So... So eine Sexparty ist das ja hier. Steh ich doch. Hallo, Benni. Guck mal. Guck mal, wer da ist. Babyface! So... Na, ich freue mich. Ich bin wieder am Malerhaus. Warte... Ja, ich... Du denkst, du bist ein Artist? Du denkst, du bist ein Artist? Okay. Sie haben Spaß gemacht. Sie haben Spaß gemacht, Sie haben Spaß gemacht, zu spüren und zu kicken. Sie haben ihn, zu spüren. Du bist mein Name. Sie haben nichts zu sein. Okay. Sie haben nichts zu sein. Kein governo, Kein Charaktieren, Kein talent. All your words are empty. Underneath there is only your ego. Also haben wir einen Pakt guten Teufel gemacht, oder wie, oder was ist das jetzt? Ne, in der Wendung ist das eher Schizophrenie. Man sagt ja immer so, diese obligatorische, du hast den hineingelassen, irgendwie. Was machst du da? Also, also wenn wir jetzt noch die Teufelskeller, also die, ich sag mal, die Supernatural-Keller rausholen, und dann... Also, dann bin ich raus. Oh, das ist ein Pieks. Du hast deine Worte gegeben. Du wirst es behalten. Ich werde es beendet werden. Das ist ideal. Nummer Nummer Exhibit opening with piano. At home. Orubarus. After all these years, they still listen to you. So sharp. I have to finish it. I have to finish it.